Dann drücke ich mal meine Sanity jetzt runter und let's go. Wir sind zurück. Jetzt ziehen wir Roach View. Das brauchen wir. Geisteignal, Sensor, Sanity. Alles recht einfach, würde ich sagen. Prooperativ hier. Top-Kamera und... Wie geht's? Wie war eigentlich deine Arbeitswoche? Ähm... Wie geht's so? Also... Gute Passagen, schlechte Passagen. Wir haben Voodoo Zirkel im Keller. Was ist denn Voodoo Zirkel? Ja, denn... Zirkel ist so ein Voodoo Zirkel. Ja. Wir haben das Art-Safe-Versteck im Keller. Ja. Er wird hier oben um sich irgendwo. Wie ist das gut? Wie ist das gut geworden? Wahrscheinlich... Er ist hier oben im Esszimmer. Ich hab aber irgendwas... Esszimmer. Hier ist er auch. Ein Dreier. Ja, aber irgendwo hier ist er auch unterwegs. Entweder... Oder es ist gleich... Ja, also hier beim Tisch ist es auf jeden Fall. Ja. Auch ein Schildo. Ich muss mich erworfen. Ja. Bis jetzt haben wir nur ein Objekt. Die Tür darf man fast. Ja, aber... Okay. So funktionieren jetzt auf jeden Fall wieder meine Fotos von Türen. Das ist schon mal schön. Wir müssen nur Fingerabdrücke. Wir müssen ja noch so gucken. Na gut, meine Woche war... Unverhofft ruhig. Zu ruhig. Weil bei uns war das... Von meiner Stanzmaschine war das Service da. Und hat uns... Von den... Von den... Drei Frühschüchten hat er uns drei Frühschüchten genommen. Endeffekt. Und ich bin halt dann zwei bis drei Stunden dann bis um vier... Kurz nach vier rum gestartet und noch gewartet, dass... Dass die Maschinen wieder zusammenbauen. Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Bist du Spaghetti? Bist du... Pokémonster? Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Ähm... Brotapparat nicht da. Auch da. Ein Objekt zählt nämlich noch. Kann man nur den Zirkel haben. Das heißt, wir können die Spiele haben. Die ist ja eigentlich hier. Da ist sie aber nicht. Jetzt muss ich überlegen, wo war die Proppe? War die auch irgendwo hier oben? Wenn die es sein sollten. Und Knochen haben wir auch noch nicht. Glaube ich. Haben wir nicht nur noch besucht. Das versteckt geht auch oben. Rechts rum. Hinten rechts. Nichts. Ach, Knochen habe ich. Einer der, der... Wie man fast gar nicht sieht. Trotzdem fehlt noch ein Objekt. Denn das ist unten. Dann ist es hier hinten wahrscheinlich im Raum. Oh ne. Hier haben wir Towerkarten. Futter war draus. Der ist eh leer. Und wir haben nur den... Den Orb. Wir sind nur drei AMF. Wir sind nur drei AMF. Was ist das denn für Bewegungsende? Naja, das funktioniert scheinbar so. Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Fuck me. Trotz. Trotz. Trotz, Trotz. Aha. Der war zuerst eben hier irgendwo. Und ist dann... Na, in Trotz eben erschienen. Ach, doch. Da ist der Oberbär. Bist du hier? Sollen wir reden. Sollen wir gehen? Sollen wir jetzt an den Vorhang. Sollen wir an die Fingerbrücke. Sollen wir gehen? Sollen wir an die Tür anfangen. Sollen wir da ran? Nee, du musst das halt jetzt sein. Frems. dann guck mal du vor, auch wegseite hey jetzt macht er Action keine gesehen aber wenn es aber keine Fingerbrücke wäre, dann fällt Banshee raus da geht es gehen nach vorne ich habe kein Geister vor der Garnet um das heißt er braucht noch ein event und sanity heißt also stick mitnehmen das ist nicht mehr das ist nicht der geilste das ist der diogen der hinterher läuft alle laufen denn der näher aber dann kann sich verstärken dann drücke ich meine sanity jetzt runter und jetzt er könnte schnell sein übrigens ja Okay, das erste haben wir, das andere fehlt, das war die, achso ne, die V-Karten haben wir. Wir kommen doch schon runter, nein, wir haben Sanity runter. Ja, richtig, weil jetzt du musst ziehen. Schön. Sind sie? Ja, up und down. Gut. Äh, Hermite? Ja, ne, eröffnung, dass du keine Sanity dazu bekommst. Oder stirbst, ist auch schlecht. High Priestess, the Fool. The Devil. Reicht. The Tower. Ja, das ist eine Wende. Hup. Neh, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, könnte behalten. 2-3-2, ey, ey, ey. Das erste mal, dass ich Towerkarten in der Hand habe. Ey. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal.